Ich zitiere aus der Bibel, was Jesus gesagt haben soll. Johannes 14 Liebet ihr mich, so haltet meine Gebote. Und ich will den Vater bitten, und er soll euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch bleibe ewiglich. Den Geist der Wahrheit, welchen die Welt nicht kann empfangen, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr aber kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017